Räumung eines Zeltlagers im New Yorker Stadtteil East Village am Mittwoch. Seit Wochen arbeitet die Stadtverwaltung daran, dass die wilden Camps von Obdachlosen aus dem Stadtbild entfernt werden. Bürgermeister Eric Adams, der seit November im Amt ist, hat zum Ziel, den Menschen in der Millionenmetropole bessere Lebensbedingungen anzubieten. Allerdings beklagen sich viele der betroffenen Personen. Sie sagen unter anderem, dass sie richtige Wohnungen bräuchten und keine Notunterkünfte. Durch die Corona-Pandemie wurde die wirtschaftliche Situation von vielen Menschen in New York weiter verschärft. Nach Angaben des Bürgermeisters Adams hat die Stadt innerhalb der vergangenen Wochen etwa 240 Zeltlager geräumt.